Ich mache nicht alles. Ja, ich sage nicht, ich habe die Goppe auf dem Kopf. Ja, also wir drei, Christian, Robert und ich, Theresia, wir waren bei der EWS in finale Figur vor eineinhalb Wochen. Sind wir angereist, ja genau, war unsere erste EWS überhaupt. War eine Bombenerfahrung, will ich auf jeden Fall nicht missen. Ja, genau. Die Videos, die ihr jetzt seht, die wurden alle von mir gefilmt, also auch das Sturzvideo. Vor allem aber im Training, weil wir im Rennen nicht filmen durften. Dann nehmen wir euch mal mit auf die erste Stage. Die fängt ganz oben am Berg an. Ich glaube auf 1300 Höhenmetern war es als Erzführer. Eine richtig schöne Gegend da oben, also top Aussicht. Man musste aber davor auch das Rad tragen, also es ist mit dem Auto gar nicht so leicht zu erreichen. Ja, und hier habe ich mir nur so gedacht, ja cool, also wenn das so bleibt, optimale Stage für mich. Schön viel treten, Wiese, kenne ich auch vom CC, also läuft. Ja, und dann hat man hier aber schon schnell gemerkt, okay, die meinen es doch ernst. Also wurde dann nach und nach ein bisschen steiniger. Ja, hier gibt es halt überall, man konnte im Nachhinein wirklich viel straight line, einfach rot, gerade oben bleiben. Aber das, wie gesagt, diese Nieren haben sich auch über das Training erst entwickelt und waren so noch gar nicht ersichtlich. Ja, also wirklich einfach super enge Kurven. Hier sieht man schon, dass es irgendwie da ist, eine enge Kurve nach der anderen. Genau, ganz enge Kurven. Und da war es auch relativ steil mal zwischendurch. Ja, hier auf der Kamera sieht es halt krass aus, ich glaube, die Bäume einfach am Rand stehen. Also irgendwie hat man das gar nicht so wahrgenommen, als man da runtergefahren ist, das war es eigentlich so, also vor allen Dingen in diesen schnelleren Passagen gar nicht so eng gefühlt. Ja, ich glaube, das war echt auf viel Konzentration. Ja, man war einfach mal froh, auf so geraden Stücken kurz mal chillen zu können. Ja, das war schön. Ja, das hinsetzen. Irgendwann habe ich die Streckenposten immer pfeifen gehört und habe ich sie nur noch gegrüßt und gesagt, hey, ciao, ciao. Weil mehr war einfach nicht drin. Ja, hier wird es halt schon steiniger. Man merkt halt schon, da ist eigentlich nicht viel Platz für Fehler, wenn man nach rechts und links mal die Steine sieht. Und da kannst du auch keine Pause machen. Also anhalten ist an der Stelle nicht und du kannst es nicht überholen. Das war auch ein bisschen blöd. Aber hier war das krass, da haben sie sogar teilweise entschärft. Danach, oder das kommt noch, es war halt super verblockt. Das ist krass gewesen, auch im Rennen wieder. Und jetzt geht es den Steilhof, genau. Aber es ist einfach auch so schmal, man ist schon so, 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 grau. Man muss echt aufpassen, dass man links runterfällt. Ja. In der Welt kann man auch immer Wanderer, das ist ein Scheiß. Ja, hallo, wie soll ich aus dem Weg wieder kommen? Ah, nee, das war die Stelle, wo die die Steine weggeklopft haben. Das war richtig, ja, ja. Stimmt, das war so kamenmäßig und dann haben die echt den Schiefen. Ja, die Steine hier waren echt so eine halbwegs fahrbaren Ebene. Ja, jetzt kommt der Zweite. Aber wie schmal es auch einfach war. Das ist richtig schwer, ja. Da bin ich aber sogar am Rennen rübergekommen, da war ich mega happy danach. Und dann so, Therese, jetzt reiß dich zusammen, weil jetzt wird es nämlich echt hart. Ja. Ja, die Kurve war auch so krass im Rennen. Scheiße, die war auch schon im Training scheiße. Ja, im Rennen war da einfach so eine fette Furche. Die auch, das war auch richtig krass. Ja, aber da konntest du im Rennen einfach geradeaus durchfahren. Ja, du konntest rechts fahren, dann hast du einfach diese krasse S-Kurve hast du quasi rausgenommen. Ah, das ist die schwierige Strecke. Ja, genau. Da kann man abstiegen, ja, weil da war es einfach nur, jetzt gehe ich glaube ich zu weit rechts. Siehst du, siehst du, genau das. Ja, hier wieder ein brutales Bachbett. Ja. Einfach krass, wie wäre die Strecke, also das ist ja eigentlich ein Wanderweg, aber dass die Strecken halt so krass herrichten für die EBS. Gleich an die Schlüsselstelle. Hier ist der Greg nämlich dann links über den großen Steinmann. Da links drüber. Da drüber. Ja, 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 und dann hier runter. Hier dann. Ja, also wahrscheinlich wird er da auch gestürzt, weil die Aktion, die er da im Foto hat, er sah nicht immer lebensmäßig aus. Das war geil, da konnte man einfach voll offen lassen. Ja, genau. Das ging einfach geradeaus. Also es war das erste Stück, wo es breit und übersichtlich war, wo man mal mehr als fünf Meter vor sich tatsächlich gesehen hat. Oder sagen wir mal zehn Meter vor sich, wo man einfach weit vorschauen konnte und wirklich gesehen hat, was kommt einfach. Vorher war das gar nicht möglich, dass man weit vorausschauen wird, wenn man einfach nur maximal bis zur nächsten Kurve gesehen hat. Ja. Hier geht es nochmal durch das T-Spread. Das war auch ein bisschen tricky. Da musste ich dir auch im Rennen kurz am Fuß absetzen, da war ich zufällig, um die Linie zu sehen. Aber das macht ja nichts aus. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Das ist so cool, wenn du hier auf die Lichtung kommst, da wusste ich, es ist nicht mehr weit. Ja, vor allem standen hier rechts irgendwo so fünf, sechs, sieben Hühner verkleidet. Das war das supergeil. Ja, mit Belgien, mit Flaggen, mit allen, die waren übelst am Ausrasten bei mir. Das war richtig geil. Ja, genau, das sind jetzt die letzten Kurven, glaube ich. Ja, stimmt. Jetzt geht es mal rauf, dann geht es links und dann bleiben wir zwei, drei Kurven oder so und dann ist man da hin. Das war halt einfach so tief, man konnte echt wie so einen Motocrosser durchbrettern. Fuß raus und dann einfach reinlassen. Hat aber durchaus nochmal Bock gemacht, fand ich. Ja, hier ist das Ziel. Also wirklich maximale Trailing, weil man hier auf dem Ausfaltrück quasi rauskommt. Ja, dann nehmen wir euch noch mit auf die Stage Sieben von Anfang. Ja, das ist der Anfang. Das ist relativ schnell los. Das ist einfach so wahnsinnig, wie die Pros da losgetreten sind. Und es ist einfach gerade ein Treten. Und da wünscht man sich dann wirklich, weiß ich nicht, 38er Blatt oder so, dass man einfach treten kann. Und das ist mit einem 32er nicht mehr möglich. Du kannst es nur noch voll rauslassen. Ja, und das war halt am zweiten Renntag, die letzte Stage. Also man hat da halt schon 90 Kilometer in den Beinen und Höhenmeter 3000 oder so geschätzt. Ja, knapp. Und das war echt einfach nur noch krass. Also man wollte eigentlich wirklich nur noch runterkommen. Ja, hier auf einer der Highspeed-Stücke hat es mich im Rennen dann noch hingelegt. Keine Ahnung warum, weil es da einfach auch so lose war wieder. Das war, glaube ich, hier geht es nochmal kurz bergauf und dann geht es runter. Und dann kam das, weil wir einfach auch wieder nur lose Steine da lagen. Das war null Grip. Es ist so trocken wie noch nie. Ich habe im final noch nie so trocken erlebt. Also so sah ich ungefähr aus wie ein Rennen. Ach, das bin ich ja. Ja, so bin ich ja auch hergefahren. So richtig entspannt. Sattel hoch. Sattel hoch. Ja, schön, dass ich das bin. Du bist ja richtig... Ja, da hast du doch Bock gehabt. Ja, jetzt habe ich da anscheinend... Ja, so hast du das Rennen wahrscheinlich nicht mehr reingepumpt. Hier nur voll abgezogen. Du kommst da quer, siehst du ja. Ja, hier habe ich mal reingetreten. Ja, aber das war am Rennen nicht mehr möglich. Gegen den tief nicht mehr. Wir sind ja auch mal weggefahren, kurz in dem. Ja, pass auf. Ja, wie ein kleiner Sprung, der war ganz cool eigentlich. Das war geil, da standen auch schon Leute, da habe ich voll abgezogen. Ja, von wegen, ich konnte nicht mehr, ne? Ja, ich meine, springen, das geht immer. Springen geht immer, ja. Klar. Wenn man das so sieht, hat man irgendwie schon wieder Bock, obwohl es so eine Quelle rei war. Ja, stimmt. Das war irgendwie geil. Das hat auch richtig Bock gemacht, die Stage. Das war echt geil. Ab hier gibt es halt steinig. Und steinig, steil. Und es heißt eigentlich rechts oder links fahren. Also wirklich jede Kurve von außen anfahren und immer versuchen, irgendwie durchs Gemüse zu fahren. Was dann natürlich im Rennen wieder nicht möglich war. Aber da ist auch kein Gemüse mehr. Nein, du kannst halt nicht mehr abbremsen. Ja, ich war ja viel langsamer. Du könntest es hier vielleicht schon, aber du bist halt in diesem Fokus auf die Geschwindigkeit drin. Du fährst halt aber hier und jetzt noch nicht weiter. Ja, scheiße. Das hätte mir halt eben genauso passieren können. Ja, ist auch wirklich eine der schwersten Stellen eigentlich überhaupt im Rennen. Ja, ich weiß nicht, ob es schwer ist. Also wenn man langsam fährt von vorne rein, dann ist es halt nicht schwer. Geschwindigkeit macht es in dem Fall schwer, weil du nicht bremsen kannst. Ja, du kannst halt nicht bremsen. Genau, du fährst mit der Geschwindigkeit rein und dann hast du halt Geschwindigkeit x am Ende. Und dann ändert sich halt nichts mehr. Ja. Ja. Aber das war so unsere Erfahrung. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja, so allen in einem war es einfach wirklich nach wie vor eine kranke Erfahrung, wo ich wirklich mehr Bock drauf habe. Also, aber cool. Aber wie gesagt, coole Erfahrung und gerne mehr davon. Jo. Ja. Ja.